willkommen damit zu einer neuen runde des farming simulators hier bei uns auf eplay und wir stellen euch heute vor wie man den ballen presst in dem landwirtschaftssimulator dazu gibt es natürlich auch verschiedene methoden wir machen es erstmal so wie hier neben dem tutorial vorgegeben ist weil du kannst es beispielsweise die ballen aufsammeln mit dem spieß ganz normal und dann auf dem hänger laden wir machen das erstmal so ein bisschen technisch moderner nehme ich erstmal mit einer ballen press maschine wie es sich gehört denn stroh und heu eignet sich sehr gut für die unsere tiere die wir dann im landwirtschaftssimulator haben werden und deshalb müssen wir jetzt erstmal ein bisschen stroh hier bauen so wir klarten hinaus starten ihn zwar ein bisschen früh und es geht los ganzen ballen natürlich jetzt von unten auf ganze stroh wird unten aufgesammelt und wird dann innerhalb der maschine zu schönen ballen gepresst und so sieht das ganze dann aus wenn der fertige ballen dann fertig ist fällt er dann natürlich hinten automatisch runter außen natürlich es ist du bist am ende des feldes willst ihn raus haben weil du musst ihn weg haben dann kannst du ihn natürlich auch manuell das hinten ab und weg schicken so balle nummer zwei vier ballen brauchen wir ganz wichtig denn das ist erstmal ein tutorial da müssen wir jetzt nicht das ganze feld durchheizen jubelig wieder wunderbar nicht so schlimm machen wir das auch gerne so damit haben wir genug vier ballen sollten reichen und deshalb sammeln wir sie jetzt auf mit dieser wunderschöne maschine erleichtert aber einen sehr gut die arbeit es ist technisch jetzt wirklich sehr sehr hochwertig aber ja detailgetreu naja gut okay denn wenn man jetzt sieht wie wir sie jetzt hier auf sammeln ja gut okay das ist jetzt vielleicht noch naja zwielichtig ist jetzt gerade nicht aber es ist nicht so schlimm technik ist es halt die begeistert so die dritte balle haben wir dann auch gleich drinnen hoffe ich ja das funktioniert nicht immer ganz so wie man es gerne hätte aber es ist schlimm so vierte balle es reicht für heute mehr ballen brauchen wir eigentlich nicht denn vier ballen reichen uns total wir bringen sie rüber zu unserer scheune denn da können wir sie nämlich verkaufen zu einem ja nicht so tollen preis am besten ist es natürlich wenn ihr stroh habt behaltet es lieber selber dann ihr könnt stroh immer gebrauchen für eure tiere so wir setzen hier ran da kann man dann gleich das stroh verkaufen in dem sinne ist es eigentlich ganz einfach indem ihr auf z drückt und damit die ballen entladet und das geht sehr modern es wird nämlich nach hinten geschoben und dann direkt aufgestellt zack es dauert ein bisschen wäre er voll gewesen geht es ein bisschen schneller zack und jetzt bestätigen wir das ganze noch dass wir das an dieser stelle abladen möchten und damit können wir dann die ballen verkaufen und das war es auch schon mit dem thema ballen pressen im landwirtschaftssimulator 2017 weitere tutorials gibt es natürlich in den nächsten tagen hier auch noch mal wieder bei eplay und natürlich gibt es dann auch bald schöne let's play zum farming simulator in dem sinne bin ich raus bis die tage ciao in dem sinne bin ich raus